Da sowieso... Stimmt oben, die Planks. Äh, ja. Die Slaps doch. Die fehlen noch. Und ich wollte jetzt erst durch die Fenster rausreißen, äh, egal. Shit. Hm. Hm. Au. Fick mich halt. Äh. Äh. fácil. Exaktiv und viral Exaktiv control Hier klingt das wie recht genau am Haus. Oder da rauf. Shit. Könnt ihr die aufhören auf mein... Hm, hat er sich natürlich wieder verspisst. Arsch. Ach. Ach. Ich hätte gerne einen schönen, sauberen Vordergarten. Vielen Dank. So. Darf ich jetzt, bitte? Okay. Ähm... 16... 26. Das kriegen wir doch hin, oder? Ne, 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 nicht aus dem guten Haus. Hm. Glücksicht der Verschwendung. Hm. 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 Ja, komm. Hm. Hm. Ja. Okay. Ja. 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 Und da bekomme ich auf Facebook noch YouTube-Videos geschickt, ja, äh, später. Ah, genau. Das Loch gab's ja auch noch. Danach sollte ich dann aber in meinem Häuslein Ruhe haben. Äh, Treppen hab ich keine mehr hier rumliegen. Danke schön. Ja, jetzt hätte ich auch gleich die Slabs noch mitnehmen können. Was haben wir da überhaupt noch? Oh, okay, cool. Ja, die muss ich halt schon aus Hellbark machen, sonst fucken die mir hier weg. Wie viel haben wir gesiegt, äh, gesagt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, plus... Guck einfach da oben. Mhm, 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 hier noch ein Plank hin. Fünf, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Vier. Dann kommen wir vermutlich ziemlich gut, äh, zueinander hin. So... So... Oh, hörsch. Hm, da ist gut. Ähm, da ist nix. Von der Seite habe ich auch alles mitgenommen. Tja, was jetzt noch fehlt, ist noch eine Weiterschicht von eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, mal zwei. Warte. Geht natürlich genau nicht drauf. Wenn ich auf dem Dach stehe, geht's vermutlich auch nicht, oder? Ja, doch, tatsächlich. Und so, aha, okay. Und die muss ich dann so da hinsetzen. Okay. Ich habe die Anzahl der Treppen nicht mal zwei genommen. Das passiert am besten. Äh, wie viel haben wir gesagt? Ähm, acht. Also nochmal gleiches Spiel. Danke. Okay. Und gleicher Rest. Okay. 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 Wirklich weich. Genau. Kosmetik. Ah, zwei, mhm. Er wird doch halt. Ich hab halt keine Pfeile mehr, by the way. Ich weiß nicht, ob ich dich da treffen könnte. Ich freu mich auch. Ja, ein bisschen Stick hier. Super. Vielleicht gehen die auch von allein weg. Hm. Hm. Jo, die Klappe brauche ich eigentlich nicht. Versteck mich einfach hier im Luftschutzkeller. Ja. 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 Ich hab es nicht früher. Ja. Ok, der war verdammt nah. halt übrigens abgeschossen nur so aus dem haus auf ihn schießen ist halt nicht so günstig aber ich könnte mich hier oben aus einem anderen material natürlich so einen kleinen wehrgang einrichten erstmal bleibt hier eh zu muss ich halt wieder hochsteigen was zu reparieren oder lasst mir doch wenigstens eine chance gott lassen gleich nicht mehr rennen feige rat ja 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 warum nicht passt doch jetzt noch zum schluss 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 Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt unbewaffnet bin. Äh... Holz müsste ich hier unbedingt haben. Ah, okay, hab ich. Die Typen lege ich um, und zwar nackt, nur mit einem Schwert. Oh, hi. Du kommst mir da gut. Komm. Komm, siehst du was von recht? Oh ja, ein Phantom von hinten. Ja, klar. Mhm. Alter. Gut. Von mir aus? Ich hab mehr Schwerter, als ihr Zeit habt. Ich hab mehr Schwerter. hehehe So, wo ist das Wix-Phantom, das zuerst. Da draußen, nur auf dem Feld halt. Mach schnell die Musik aus. Jetzt sind sie beide weg oder was? Mein Haus ist noch nicht abgebrannt. Das ist doch schon was. So, jetzt noch den ganzen Schwott zurückholen. Und scheint ganz so, als hätte ich einen Erfahrungsbeutel gedroppt. Ja, tatsächlich. Ich gedroppt im Sinne von, es kam aus mir raus. Nicht so, wie die Vollidioten immer sagen, wenn sie online spielen. Ich habe das und das gedroppt, ich habe das und das gedroppt. Wie, gedroppt? Ausgeschissen oder was? Der Feind hat das und das gedroppt. Ich habe es droppen lassen. Und ich habe es gedroppt bekommen. Ja. Ihr Mongos. Jetzt kann mir keiner mehr raus. Eine anscheinende Gerüstung wäre auch mal ne Idee, aber Leder ist zu teuer. So, sieben Pfeile noch. Allerdings im Moment sieht es nicht schlecht aus. Oh, ich! Oh, man! Oh! 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 Gut, das wäre die Seite. Und wo ich schon mal da bin... Dankeschön. Yay! Da oben sieht es noch scheiße aus, hier in der Ecke auch. Aber das könnte genau aufgehen. Oh, hi! Yay! So ein kleiner hat dich festgebracht. Okay, das muss ich auf jeden Fall anpassen, dass man, keine Ahnung, für die Belohnung mindestens... Wie viel gibt es aus einem Schleim? Aus einem großen? Ich weiß es gar nicht auswendig. So. Okay, das ist hübsch. Ja? Ja. Oh, shit! Wo? Wo? Hinten? Nee. Wichser. Tja, da müssen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall ne Kiesrunde machen. Und neue Pfeile holen. Und sollte sowieso immer mindestens ein Stack Pfeile auf der Seite haben. Aber ich muss doch sagen, ja, oh, shit. Ich muss doch sagen, fickt euch. Wollte grad nen Screenshot machen. Danke. Uh, ja. Ah, ja. Ah! 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 deswegen habe ich hier keine fenster auf der seite ja genau das regal kann ja eigentlich auch weg weil schon cool wenn wir überall glasplatten hätten glas habe ich glaube ich alles verbraten gut wie spät ist es denn es ist zeit ist zeit gut gut dann würde ich sagen wir müssten theoretisch des schaders wegen noch mal aus zum portal ja aus dem portal ich glaube das meint der claustron verzierung da oben lasse ich lieber ist auch so hübsch genug hier an der wand irgendwas will ich noch an die wand und hier noch so das wird mir dann bestimmt irgendwann wieder auffallen dann oben vielleicht der kleiner wehrgang oder sowas ja 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 quesop geben noch aber ich muss doch sagen der schützengraben der bewährt sich wir sagen sogar besser als das haus und wir haben gestern und heute keine west mehr legt müssen wir auch wieder mal machen müssen sind für einen tag genug gestorben da kann man auch mal etwas lebensbejahendes tun du bist der erste der stirbt 1 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 9 10 9 10 10 10 10 10 11 9 10 11 11 15 15 15 16 15 naja stimmt für den fantome glaube ich gab es nicht gold war das könnte ich noch die belohne könnte ich noch hier mit rein schreiten ja und schon wieder viel minzen gemacht einfach so weil wir aus spaß gast getötet haben als nächstes erhöhe ich die belohnung und auch die anzahl an gast die man töten muss so ein dialoge händler einfach mal hier bei dem hier oder bei ques das war der kreis gast erledigt genau wie sagt man zielen aufgabe belohnung kann ich hier kann ich ja auch irgendwie tappen zwei minzen ein eisenbaran und ja das stimmt was denkt so ist es hier schon aktualisiert oder nein als wenn ich die quäste ein weiteres mal angenommen habe und tschüss